Das beste Spiel in Roblox! Der Kriegersimulator, das ist richtig. Und wenn du dich fragst, wieso ich so hier sitze, weil da so. Wir machen heute weiter mit dem Kriegersimulator, verdammt episch. Nur die krassesten Gangster spielen das Spiel. Naja, wir sind krasse Gangster, deswegen werden wir jetzt das Spiel spielen. Bis jetzt war dieser Simulator wirklich einer der besten Spiele in Roblox bei weitem. Abonnieren hier unten, kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Und bei 1000 Likes, 30 Stunden, lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Wir sind back! Mit unseren zwei Schwerter, beim letzten Mal hab ich mir so viel gegönnt, Leute, das war nicht mehr normal. Und wir haben sogar 40 Millionen, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Für 40 Millionen kann ich mir ein neues Ei holen. Oder eine neue Waffe. Oder ich spare, 65 Millionen. Ah, wir haben schon ein T-Shirt von hier, ne, den Volt. Ah, sehr krass. Ich kann hier sogar ein Adler bekommen mit so einem Hut. Lasst uns ein bisschen mehr Geld sparen, Leute. Wir können uns auch hinterher reportieren. Und es gibt noch 1, 2, 4 weitere Raps und die letzte ist sogar Mond. Krass. Na, ich bin sehr gespannt, aber jede einzelne Welt hat hier extreme Details und wir sind so mächtig. Wir brauchen noch nur 75 Millionen, um weiterzukommen, ne. Vielleicht sollten wir sogar erstmal in die neue Gegend gehen. Weil ich meine, ein paar Millionen mehr zu bekommen, sollte nicht das Problem sein. Guck mal, wie schnell wir die Gegner einminieren. Wundermal! Dieses Spiel hat sich als richtig gutes Spiel überwiesen. Und wieso töte ich eigentlich die hier? Wir können auch zu denen hier gehen. Das ist der Stärkste hier und selbst der verreckt unermal. Und der hat es gerade an der Wand gebackt. Hier, wir können ihn ganz easy töten. Das ist der Boss hier. Boah, so schnell, ne. Warte, lass mal alles verkaufen. Und wir haben 109 Millionen! Das heißt, wir können entweder ein neues Ei holen oder erstmal eine neue Gegend. Ich werfe eine neue Gegend erstmal. Oder sogar eine neue Waffe. Haben wir genug Geld für eine neue Waffe? Ja, aber selbst wenn, ich will auf jeden Fall erstmal zu neuen Gegend gehen. Wenn man zu viel Geld hat, kann man sich entscheiden, für was man es ausgibt. Wir holen die nächste Gegend namens Lava-Zone. Damn! Oh, die Musik hat sich geändert. Lass mal sehen, bist du stark? Ich meine, ich habe viele Waffen und ich bin ziemlich mächtig. Also, dass du keine Chance gegen mich hast, war klar. Der Boss hat 15.000 Leben, aber selbst dem können wir easy peasy eliminieren. Vor allem, ich weiß nicht, ob er der Stärkste hier ist. Wir haben ihn getötet. Jetzt, wir haben ein bisschen Schaden bekommen, aber mir geht es immer noch gut. Er hat 10.000 Leben, sollten wir easy peasy eliminieren. Wow, krass, Leute, wie sie eliminieren, Leute. Und wir haben nicht mal die neue Waffe, Leute. Das wird so geil. Ich denke, diesmal werden wir nicht weit kommen und ich will unbedingt zum Mond kommen. Wieso droppen die so selten Leben? Ich brauche echt mehr Leben, das steht fest. Aber krass, selbst in dieser Welt kommen wir mit dieser Waffe klar. Wow, let's go! Wow, die Musik in dieser Welt ist echt der Wahnsinn, ne? Sun Star? Ja, die sich eliminieren wie easy. Wow, sehr wenig Leben, aber wir können jetzt uns zurück teleportieren. Wir haben 151 Millionen. Was wollen wir jetzt holen überhaupt? Können wir jetzt ein neues Ei holen? Ja, 124 Millionen dafür holen wir einfach mal. Und das Beste, was wir bekommen können, ist der Weiße Wolf. Oh, okay, aber nicht schlecht, Leute, immerhin. Damn, der hat 447 Mal. Das ist so krass. Den equippen wir gleich natürlich. Vor allem, es gibt hier so ein Podest. Das sind die besten Spieler. Und irgendwie will ich da hinkommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich meine, man bekommt ja nicht wirklich was davon, aber irgendwie ist es geil, da zu sein. Ist eine geile Idee, weil es einen motiviert, weiterzuspielen, so ganz da oben zu kommen. Als nächstes würde ich mir entweder gerne ein neues Ei holen oder eine neue Waffe. Ich denke, ich hol mir die neue Waffe als nächstes. Boah, vor allem die Tischen sind so geil und wie sie ihre Beine bewegen. Ziemlich viele Details, die das Spiel bietet. Leider gibt es in dieser Welt niemanden, der wirklich krass ist. Und die neue nächste Gegend kostet 2,9 Billionen. Ich denke sogar, wir sollten uns... Ja, erstmal... Oh, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Erstmal neue Waffe, auf jeden Fall. Lass mal alles verkaufen, wir bekommen jetzt 235 Millionen. Das überspringen wir, das überspringen wir. Ne, geht nicht. 110 Millionen dafür. Das kostet 281 Millionen. Ich will noch ein bisschen mehr sparen, holen wir uns gleich das hier. Weil wenn nicht, wenn schon, dann das Beste. Wir müssen ja nur ein bisschen sparen. Und wir haben so wenig Leben, aber das ist nicht schlimm. Du willst dich heilen oder so? Yeah, ich liebe es, wenn die irgendwas fallen lassen zum Heilen. Wenn ich jetzt mal die neue Waffe habe, frage ich mich, wie schnell wir die Gene eliminieren werden. Sehr schnell. Boah, die Musik heilt mich so auf. Gott, habe ich viel Energie, diese Musik ist unnormal. Mit so einer Musik will ich einfach nur alle meine Gegner schlachten. Meine armen Gegner. Ich meine, diese Musik macht einfach einen normalen Menschen zu einem stärksten, dem stärksten Menschen der Welt. Lass mal verkaufen und gucken, wie viel Geld ist. 521 Millionen. Das war mehr, als erwartet. Warte mal, wir können sogar die holen. Aber okay, ich chille erstmal, hole erstmal die hier. Und dann holen wir uns wieder das Ei. Damn, wie geil das aussieht, ne? Oh mein Gott. Wir holen jetzt erstmal das Ei. Komm, schick mir den weißen Wolf, bitte. Okay, nicht schlecht, aber. Nicht mal andern so gut wie der Bär, aber ich gebe mich zufrieden. Wie schnell stirbt ihr jetzt? Oh mein Gott, sehr schnell. Damn, 2 Billionen sollten easy sein. Hier, der Chef, oder der Boss, eher gesagt, stirbt auch mega schnell. Oh mein Gott. Gibt es hier nicht irgendeinen richtig krassen Boss? Was haben wir denn hier drin? Hier kommen wir nicht mal rein, leider. Schade. Aber ich brauche einen stärkeren Gegner, einer, der es mit mir aufnehmen kann. Meine Gegner sind zu schwach für mich. Ich meine, im Spiel hier bin ich sogar ein bisschen müde und eliminiere sie mit einem Finger. Alter, diese Musik, ne? Ist nicht mehr normal. Ich meine, hör mal hin. Für mein Land. Lass uns verkaufen. 700 Millionen. Das bedeutet, wir können sogar das nächste Ei schon holen. Das ist kein Witz mehr, diese Folge. Können wir? Ja, wir können sogar. Das Beste, was wir bekommen können, ist dieser epische Löwe. Kaufe das. Gib ihm bitte den epischen Löwen. Oh, okay. Ist aber auch geil. Hey, epischer Löwe, epischer Adler. Ist mir egal. Beide Tiere sind der Wahnsinn. Nehmen wir den Adler. Gott. Ich komme, bevor ihr auf den Podest. Hier. Wir sind in dieser Eiswelt, was eine sehr schöne Musik ist auf jeden Fall. Also sehr gut zum entsparen. Dann gehen wir hier hin. Und dann beginnt die epische Musik. Bam, bam, bam. Let's go. Ich würde schon durch ein bisschen schneller rennen, ehrlich gesagt. Wir können sogar acht Tierchen equipped haben. Soll ich richtig abgehen? Leute, wenn wir auf das Podest wollen, müssen wir alles kaufen. Aber es wird schwer sein, weil kommen wir automatisch auf das Podest oder muss das der Chef des Spiels so einstellen. Ist die Frage. Acht Tierchen auf einmal würde mich enorm OP machen. Aber ich werde erstmal chillen, weil das Ding ist, mein größtes Ziel ist es nicht unbedingt aufs Podest zu kommen, weil es gibt sehr viele Spiele in Roblox. Es wäre zwar eine Ehre für mich, aber sind mir das die Roblox wert? Das ist die Frage. Erstmal bin ich sehr zufrieden damit, wie schnell es vorangeht. Das reicht mir komplett. Ich will gar nicht, dass es schneller geht oder zu schnell. Weil ich will das Spiel genießen, weil es halt so gut ist. Bam, jetzt geht die Party richtig ab, Alter. Diese Musik ist wie so ein Actionfilm, Alter. Wir verkaufen alles und wir bekommen Billionen. Oh mein Gott. Wir haben den Billionen. Das heißt, wir holen erstmal die neue Waffe. Sehr schön. Wahnsinn, wie die aussieht. Lass mal sehen, wie schnell wir euch jetzt farben. Sehr schnell. Ihr habt nicht mal mehr eine Chance. Wir kommen langsam näher zur nächsten Welt. Es dauert dann ein bisschen, bis wir zur nächsten Welt kommen. Was aber perfekt ist, weil dadurch kann ich die Musik länger genießen. Ich merke, wie mein Energielevel durch die Höhen steigt. Musik hat einiges verändert, das kann ich dir sagen. Gute Musik macht sehr viel aus. Es ist kaum zu glauben, dass ich schon so stark bin und dass wir noch stärker werden können. Ich meine, ich habe nicht alles geholt. Wir können immer noch acht Tierchen haben und so weiter. Also da gibt es noch so viel. Aber ich brauche die Sachen einfach nicht, weil ich schon stark genug bin. Lass mal alles verkaufen. Wir haben 1,9 Billionen. Entweder neue Waffe oder ein neues Tierchen. Ein neues Tierchen ist auf jeden Fall. Okay, das nächste kostet 3,9 Billionen. Sollten wir easy peasy bekommen. Was bekommen wir draus? Oh! Oh mein Gott! Der ist so gut, ne? Das ist kein Scherz mehr, Leute. Das ist kein Scherz mehr. Dieser Löwe ist so wahnsinnig gut, Alter. Meine Truppen sind allgemein so gut. Aber wir können noch ein Altier holen. Wir haben ernsthaft genug Geld für noch ein Ei. Okay, eine Sache. Frag ich natürlich auch mein Team. Langsam wird das Spiel kein Witz mehr. Wie schnell stirbst du? Ey, wir haben ja keine neue Waffe, also genauso schnell. Das Ding ist, neue Waffen sind gar nicht so gut. Also wenn man sich entscheiden muss zwischen neuen Waffen und einem Ei, dann würde ich auf jeden Fall jedem das Ei empfehlen. Denn ein Ei, beziehungsweise ein Tierchen gibt einem Millionen Mal mehr Geld. Was der Wahnsinn ist. Ja, du tötest zwar schneller die Gegner, was auch sehr wichtig ist. Also so Waffen sind auch etwas, was man kaufen muss, aber Tierchen sind halt eben wichtiger. Im Endeffekt muss man beides haben. Ich bin so gespannt, was die nächste Gegend bieten wird und was für eine Musik das sein wird. Ich meine, mein Energielevel steigt immer noch an und das hört sich auf. Lass mal alles verkaufen gehen. Wir haben eigentlich genug für die neue Gegend sogar. Ich würde aber erstmal sagen, wir holen erstmal nochmal ein neues Tierchen. Wieder eine Sache. Sehr gut, wir brauchen von dem neuen Ei gar nichts mehr zu holen. Ich bin zufrieden. Wir haben zwei Drachen, einen Löwen, einen Adler. Dann holen wir uns diese neue Waffe hier, die unnormal heftig aussieht. Wie schnell stirbt ihr jetzt? Okay, ziemlich schnell. Und der Boss, wie schnell stirbst du? Also ich merke nicht so einen Todesunterschied, muss ich mal sagen. Da ist ein Unterschied, wir töten sie schneller. Aber wir müssen auf die nächste Waffe warten. Oder beziehungsweise auf die nächste Gegend. Die werde ich mir nämlich das nächste holen, Leute. Nur 2,9 Billionen. Das verdiene ich ihm ein paar Gegnern, Bro. Ich würde er nicht angeben, aber irgendwie doch. So dieses Spiel hat einfach den perfekten Ahnung. Ich meine, es heißt Kriegersimulator und man fühlt sich wie ein Krieger hier. Das ist kein Witz mehr. Wie viel Geld bekommen wir jetzt eigentlich? Einfach so 4 Billionen. Wir können das neue Ei holen, theoretisch. Aber erstmal gehe ich zu neuen Gegend. Ich muss wissen, was es dort gibt. 2,9 Billionen. Ja, gerne, kannst du nehmen. Musik? Gut, gut. Was haben wir hier? Okay, einfach nur mehr Loser, ne? Ja, okay, die eliminieren wir kurz, Leute. Was mich interessiert, was für einen Boss habt ihr hier? Hä? Ich will nicht mit eurem Boss kämpfen. Bam, bam. Oh, du bist ganz schön stark. Also wenn du schon so stark bist, wie stark ist der Boss dann? Okay, du bist auch ein bisschen stärker. Vielleicht war ich ein bisschen überheblich. Die Musik aus der letzten Welt, müsst ihr wissen, war ziemlich brutal. Ich bin hier für dich. 111.000 Leben? Alter, bist du stark. Ich eliminiere dich. Oh, ich glaube, du tötest mich, oder? Oh! Holy moly! Oh, tötest du es? Oh! Wir haben beide gewonnen. Aber irgendwie eher mehr, weil ich nicht seine Punkte bekommen habe. Zeit für ein neues Ei oder eine neue Waffe. Eine neue Waffe. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe, das steht fest. So sieht es ja aus. Ziemlich cool. Aber, Leute, ich war die Folge, was wir stehen lassen. Oh, was für ein gehyptes Spiel. So, ich bin einfach, ich fühle mich gerade so mächtig. Diese Art von Spielen brauche ich in meinen Videos. Wenn wir davon lassen, warum? Da unten solltest du kostenabonnieren, um keine Videos beendet, um aufzupassen. Aktiviere die Glocke nach unten, dann wirst du dich benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir hochkommt. Und du gehörst zu Glockengang. High five, Glockengang. Check mein Shop gerne in der Beschreibung aus, da kannst du dir die Merch von mir holen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye! Danke für deine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und falls du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!